So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ja, bis jetzt vielleicht schon am Titel. Ich habe einen zweiten YouTube-Kanal. Das ist das, eine Überraschung, eine kleine. Ähm, nur ich wusste nicht, ob das funktioniert oder nicht. Deswegen habe ich das heute gemacht. Und auf diesem YouTube-Kanal ist sogar ein Video schon drauf. Das könnt ihr natürlich gerne natürlich angucken. Und darum geht es auch in diesem, ähm, auf diesem Kanal. Es kommen keine PCs-Videos, sondern von der Nintendo Switch kommen da Videos drauf. Das ist so eine kleine Überraschung gewesen, da ich ja mit diesem, äh, mit diesem, nicht mehr weitermachen, also was heißt ich mehr weitermachen möchte. Ich möchte halt Nintendo Switch und das möchte ich gerne auf einen separaten Account machen. Das war jetzt die Begründung. Und der Link ist in der Videobeschreibung drei, vier Mal, fahre ich den da rein, zu dem YouTube-Kanal. Und ich würde mich natürlich gerne über ein Abo freuen. Und natürlich über einen Daumen nach oben bei den Videos. Es kommen so jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag-Videos. Und, ähm, da spielen wir gerade aktuell Super Mario Bros. Ne, doch, Super Mario Bros. U. Deluxe. Lange Name weiß. Da kommt auch noch Mario Kart, vielleicht Animal Crossing. Ähm, Mario All-Stars. Da kommt alles Mögliche. Alles, was auf der Nintendo Switch gibt, so gesehen, was ich habe, also ich nicht meine Eltern, erkläre ich auch nochmal in dem Video. Und, äh, ich wusste noch nicht, ob ich das jetzt hier veröffentlichen möchte oder nicht. Ich hab's aber getan. Und, ja. Da sehen wir uns, hoffe ich, auf dem nächsten Kanal wieder. Ich hoffe, da erreichen wir auch schnell vielleicht die 50 Abonnenten. Und dann wünsche ich euch was. Sehen wir uns. Ciao. Ciao. Ciao.